Ich bin nicht mehr so einsam seit einem Jahr, das sagt mir Jean Daniel. Vor einem Jahr habe ich zum christlichen Glauben gefunden, berichtet er mir. Und seitdem kann ich glauben, dass es einen Gott gibt, der immer bei mir ist. Und ich habe gelernt, dass die Menschen für mich nicht nur Konkurrenten sind, sondern ich kann jetzt vertrauensvoll auf sie zugehen. Mir scheint, Jean Daniel hat gelernt, was es heißt, wirklich lebendig zu sein, nämlich verbunden zu sein mit Gott und den Menschen. In diesem Sinn, lebendig war für mich Jesus. Er war in intensiver Gemeinschaft mit Gott und war positiv offen für die Begegnung mit den Menschen. Er war für mich der Lebendige. Er ist so lebendig, dass nicht einmal der Tod ihm das Leben nehmen konnte. Ich denke da an einen Bericht des Evangelisten Lukas. Er erzählt von Anhängerinnen Jesu. Nach dem Tod Jesu kamen sie zum Grab Jesu. Es war leer. Und da sagten zwei Engel zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ich glaube, dass Jesus der Lebende ist, dass er auferstanden ist und dass er Jean Daniel, mich und uns alle bewegen kann, wirklich zu leben in Verbundenheit. Denn er ist wie kein anderer der Lebende. Letzich. Und mit dem Tod Jesu kamen.